Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Statt zu bekämpfen, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, sollten wir uns auf das konzentrieren, was gut läuft. Wenn ihr euch entscheidet, etwas Gutes zu denken, hat das Schlechte keinen Platz mehr. Willkommen bei Das Leben genießen. Danke, dass ihr heute dabei seid. Ich sage oft, wenn ihr dem Wort Gottes den ersten Platz in eurem Leben einräumt, werdet ihr feststellen, dass ihr jeden Tag viel mehr genießen könnt. Wir sollten die Bibel allerdings nicht nur lesen, sondern sie wirklich studieren. Heute wollen wir Sprüche Kapitel 3 gemeinsam studieren. Vielleicht schlagt ihr manchmal die Bibel auf und wisst nicht so recht, was ihr lesen oder studieren sollt. Ich lese dann immer im Buch der Sprüche das Kapitel, das demjenigen Tagesdatum entspricht. Das Buch besteht aus 31 Kapiteln, also eines für jeden Tag des Monats. Das könnt ihr immer dann tun, wenn ihr keine andere Idee habt. In Sprüche Kapitel 3 stecken mehr als 15 verschiedene Lebensweisheiten. Sollte die Zeit hier nicht reichen, um sie alle zu besprechen, was sehr wahrscheinlich ist, fordere ich euch heraus, nehmt euch einen Block und einen Stift und lest das Kapitel zu Hause noch einmal durch und seht, ob ihr herausfinden könnt, worin diese 15 Lebensweisheiten bestehen. Sprüche 3, Verse 1 und 2 Mein Sohn, vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen, denn sie schenken dir, das gefällt mir sehr, ein langes und zufriedenes Leben. Das heißt, wenn ihr Gottes Gebote haltet, werdet ihr hier auf der Erde nicht nur atmen, sondern ein lebenswertes Leben führen. Ich frage mich, wie viele Menschen heute zwar leben, aber nicht das Gefühl haben, dass ihr Leben lebenswert ist. Ihnen gefällt ihr Leben nicht. Vielleicht hassen sie es sogar. Aber wisst ihr was? Wenn ihr anfangt, die Bibel zu studieren, wenn ihr eine Beziehung zu Jesus aufbaut und die biblischen Prinzipien mit Gottes Hilfe in eurem Leben umsetzt, werdet ihr erstaunt sein, wie schnell sich die Dinge ändern. Vielleicht habt ihr 40 Jahre lang zugelassen, dass der Teufel euer Leben ruiniert und habt jetzt beschlossen, ich brauche Gott. Nun, dann ärgert euch nicht über ihn, wenn sich nicht alles innerhalb von zwei oder drei Wochen zum Guten fügt. Ihr solltet Gott genauso viel Zeit geben wie dem Teufel. Haltet also Gottes Gebote und ihr werdet ein lebenswertes Leben haben. Vers 3, Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie dir tief in dein Herz. In der Amplified Bibel steht das noch ein bisschen ausführlicher. Da heißt es, Gnade und Freundlichkeit, die jeden Hass und jede Selbstsucht ausschließen, und die Wahrheit, die jede Heuchelei und Falschheit ausschließt, sollen euch nicht verlassen. Statt zu bekämpfen, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, sollten wir uns auf das konzentrieren, was gut läuft. Viele Menschen haben zum Beispiel mit negativen Gedanken zu kämpfen und fragen sich, wie kann ich aufhören, mir Sorgen zu machen und über diese Dinge nachzudenken. Nun, das ist ganz einfach. Wenn ihr euch entscheidet, etwas Gutes zu denken, hat das Schlechte keinen Platz mehr. In Galater 5 heißt es, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wir denken oft, ich sollte dieses nicht mehr tun, ich sollte jenes nicht mehr tun. Wenn wir uns jedoch darauf konzentrieren würden, Gott zu ehren und unser Verhalten vom Heiligen Geist bestimmen zu lassen, hat das Schlechte keinen Platz mehr. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir dazu neigen, uns auf das Negative zu konzentrieren. Aber wenn wir uns auf das Positive konzentrieren, bleibt das Negative außen vor. Hier in Sprüche 3 heißt es also, wenn ihr euch darauf konzentriert, gnädig und freundlich zu sein, wird in eurem Leben kein Raum mehr für Hass und Selbstsucht sein. Ihr müsst also nicht sagen, ich werde heute alles dransetzen, um nicht selbstsüchtig zu sein. Nein! Sagt stattdessen, ich werde mich auf das konzentrieren, was in Gottes Augen richtig ist, und alles andere findet in meinem Leben keinen Raum mehr. Ist das nicht gut? Nehmt euch jeden Tag vor, anderen freundlich zu begegnen. Vers 4 Dann wirst du Anerkennung finden. Sagt alle Anerkennung? Die Welt hofft auf Glück, aber wir bekommen Gunst und Anerkennung von Gott. Das ist so viel besser. Die Menschen wünschen einem oft viel Glück, und ich denke dann immer, ich brauche kein Glück. Glück ist vergleichbar mit dem Würfeln. Man wartet ab, was passiert, und wenn es gut läuft, steht man gut da. Die Bibel sagt hingegen, wenn wir mit Gott leben und sein Wort an die erste Stelle setzen, haben wir Gunst bei Gott. Er schenkt uns dann auch Gunst bei den Menschen. Wisst ihr, wie kostbar Gunst ist? Wisst ihr, was das bedeutet? Die Menschen werden euch mögen und nicht einmal wissen, warum. Türen werden plötzlich für euch aufgehen, und das nur, weil Gott euch seine Gunst schenkt. Das passiert nicht, weil ihr Glück habt. Nein. Gott hat euch Gunst geschenkt. Ist das nicht gut? Wenn ich heute auf einige schwierige Entscheidungen zurückblicke, zu denen Gott mich geführt hat, sehe ich die Gunst, die er mir geschenkt hat. Ich hatte einmal einen Chef, der mich aufforderte, etwas zu tun, das falsch war. Ich glaubte bereits an Jesus und wusste, dass das nicht in Ordnung war. Obwohl ich befürchtete, meine Arbeitsstelle zu verlieren, sagte ich, es tut mir leid, aber ich kann das nicht tun. In den darauf liegenden Jahren wurde ich immer wieder befördert, bis es nur noch eine Person in dieser Firma gab, die mehr Autorität hatte als ich, und das war dieser Mann. Wisst ihr was? Ich tat, was richtig war, obwohl ich damit das Risiko einging, meinen Arbeitsplatz zu verlieren, aber weil ich Gott an die erste Stelle setzte, schenkte er mir Gunst. Schlussendlich hatte ich eine Position, für die ich eigentlich nicht qualifiziert war, aber Gott kann uns befähigen, Dinge zu tun, auch wenn wir keine Ahnung davon haben. Versteht ihr? Dann wirst du freundlich und klug werden und Anerkennung bei Gott und den Menschen finden. Die Verse 5 bis 8. Wir könnten den ganzen Tag hier bleiben. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Es ist unsinnig zu sagen, ich vertraue Gott von ganzem Herzen, während ihr euch gleichzeitig Sorgen macht. Es heißt hier, dass wir Gott von ganzem Herzen vertrauen und uns nicht auf unseren Verstand verlassen sollen. Wir müssen also in unseren Herzen glauben, dass Gott uns helfen wird und dann mit seiner Hilfe unsere Gedanken in die richtige Richtung lenken und ihm auch mit unserem Verstand vertrauen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Wir gehen den Dingen gern auf den Grund, oder? Ich glaube, wenn wir ein Problem haben, ist oft das Schlimmste daran, dass wir nicht wissen, wann und wie es gelöst wird. Die meisten von uns wären begeistert, wenn Gott sagen würde, du wirst dieses Problem nur siebeneinhalb Tage haben. Am siebten Tag um die Mittagszeit werde ich es lösen. Bis dann möchte ich, dass du eine gute Einstellung bewahrst und zuversichtlich bleibst. Wäre das nicht gut, aber so läuft es nicht. Und dann kommt der Teufel auch noch mit seinen Lügen. Das wird sich nie ändern. Es wird immer so bleiben. Was ist, wenn du diesen Schmerz für immer aushalten musst, wenn du dich ab jetzt immer so fühlen wirst, wenn du nie Erfolg haben wirst? Ich nenne sie die immer und ewig und niemals wieder Lügen. Das wird sich nie ändern und du wirst immer und ewig so sein, wie du bist. Übermäßiges Nachdenken stiftet Verwirrung. Diese Erkenntnis hat mir vor vielen Jahren sehr geholfen. Obwohl ich Jesus zu diesem Zeitpunkt schon kannte und auch Gottes Wort bereits lehrte, war ich oft verwirrt. Gott sagte zu mir, du bist verwirrt, weil du versuchst, Dinge herauszufinden, auf die nur ich eine Antwort habe. Aber die Zeit für diese Antwort ist noch nicht gekommen, deshalb musst du mir vertrauen. Als ich mal in Kansas City einen Vortrag hielt, fragte ich das Publikum, wer von euch ist verwirrt? Ich glaube, mein Mann und noch eine andere Person waren die einzigen im Saal, die nicht die Hand hoben. Ich fragte Gott, warum so viele Menschen verwirrt sind und er sagte, weil sie in ihrem Verstand leben. Sie versuchen, Dinge zu ergründen, auf die sie keine Antwort haben. Ich habe ein Buch zum Thema Vertrauen geschrieben, darauf werde ich später noch eingehen. Es ist wichtig, dass wir lernen, Gott wirklich zu vertrauen. Gestern gab ich ein Interview und die Moderatorin fragte, wie schaffen sie es, Gott zu vertrauen, wenn sie ein Problem haben und nicht wissen, wie sie es lösen können, oder wenn sie es schon sehr lange haben. Ich sagte, irgendwann wurde mir klar, dass ich zwei Möglichkeiten habe. Ich kann mich verrückt machen oder ich kann Gott vertrauen. Ich weiß nicht, ob es darüber hinaus noch viele weitere Möglichkeiten gibt. Ich möchte mir nicht ständig Sorgen machen oder darüber nachdenken, was passieren wird. So bekommen wir keine Antworten. Gott möchte, dass wir damit zufrieden sind, den zu kennen, der alle Antworten kennt, nämlich ihn. Ich war geradezu süchtig danach, alles zu ergründen. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Es gibt noch mehr Dinge außer Zucker, Alkohol und Drogen, von denen man abhängig sein kann. Wir können auch süchtig danach sein, alles verstehen zu wollen. Das bedeutet, dass wir nicht zufrieden sind, bis uns das gelingt. Ich hatte früher keinen Frieden, bis ich glaubte, ein Problem gelöst zu haben. Aber Gott sagte zu mir, du denkst, du bist jetzt dahinter gekommen, aber am Ende wirst du feststellen, dass du völlig falsch gelegen hast. Er forderte mich heraus, mit meinen Grübeleien aufzuhören. Genau wie man es mit einem Drogenabhängigen tut. Das fiel mir sehr schwer, denn sobald ein Problem auftrat, fing ich wieder an zu grübeln, bis Gott zu mir sagte, stopp, vertrau mir. Deshalb fordere ich nun euch auf. Tauscht euer Grübeln gegen Gottvertrauen ein. Ihr werdet überrascht sein, wie viel Frieden das mit sich bringen wird. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Das bedeutet nicht, dass ihr bei jeder kleinen Entscheidung, die ihr zu treffen habt, zehn Minuten beten müsst. Aber ihr solltet euren Tag damit beginnen, zu sagen, Gott, ich will heute nichts tun, das dir missfällt. Ich will bei allem, was ich tue, an dich denken. Und wenn etwas davon nicht deinem Plan entspricht, hilf mir, das zu erkennen und stattdessen deine Wege zu gehen. Ich bin heute auch nicht hierher gekommen, um zu sagen, Gott, hilf mir. Ich bereite mich zwar vor, doch häufig ist es so, dass ich vieles, was ich sagen will, am Ende nicht sage und stattdessen ganz andere Dinge anspreche. Wir müssen Gott immer die Vorfahrt gewähren. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein. Das bedeutet, glaubt nicht, ihr wärt klug genug, um euer Leben selbst zu meistern. Ich möchte euch damit nicht beleidigen, aber keiner von uns ist klug genug. Wenn wir es wären, dann hätten wir nie zu Gott sagen müssen, oh Gott, mein Leben ist ein völliges Durcheinander. Bitte hilf mir. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Wenn ihr ein bisschen älter werdet, fangen eure Knochen an zu ächzen. Und dann wisst ihr diese neue Kraft zu schätzen. Ich möchte, dass ihr das versteht. Vertraut Gott, hört auf zu grübeln, denkt an ihn, was immer ihr tut. Glaubt nicht, dass ihr klug genug seid, euer Leben selbst zu meistern, und ihr werdet nicht ständig mit Ängsten zu kämpfen haben und ein nervöses Wrack sein. Die Verse 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Das bedeutet, gebt ihm den ersten Teil zurück, die ersten Früchte oder die ersten zehn Prozent von allem, was Gott euch in eurem Leben schenkt, um ihn zu ehren. Leider tun das die wenigsten Menschen. Manche geben hier und da ein paar Euro, aber es fällt ihnen schwer, Gott tatsächlich den ersten Teil ihres Einkommens zu geben. Sie sagen, warum sollte ich mein Geld diesem Pastor geben? Ich weiß ja gar nicht, was er damit macht. Nun, zunächst einmal, ihr gebt es nicht einem Pastor, ihr gebt es Gott. Natürlich tut ihr das, indem ihr es einer Person gebt, der ihr vertraut, dass sie ihrer Verantwortung nachkommt und angemessen damit umgeht. Ihr könnt nicht jedem Geld geben, der euch darum bittet. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die Menschen oder die Werke kennt, denen ihr etwas spendet, sodass ihr im Glauben geben könnt. Aber letztendlich gebt ihr euer Geld Gott. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen. Wisst ihr, was das bedeutet? Euer Vorratsschrank, euer Bankkonto, eure Rücklagen für die Rente, all die Orte, an denen ihr etwas für einen späteren Zeitpunkt aufbewahrt oder spart, werden sich füllen. Und deine Fässer von Wein überfließen. Hier geht es nicht um die Kisten Wein, die ihr in einem Laden kauft. Dieser Wein steht für Vitalität und Frische sowie für die Kraft des Heiligen Geistes in eurem Leben. Es gibt nichts Besseres, als mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Wenn der Heilige Geist in eurem Leben fließt, spürt ihr Gottes Gegenwart und wisst, dass er an euch arbeitet. Das gibt euch Energie, es gibt euch Kraft, es gibt euch Freude in schwierigen Umständen. Es gibt euch den Frieden, der weit über alles Verstehen hinausgeht. Ich möchte euch noch einen Vers über das Geben vorlesen, weil ich weiß, dass das für manche Menschen ein schwieriges Thema ist. Aber wisst ihr, Gott braucht euer Geld nicht. Überall geht es um Geld. Der einzige Ort, wo Menschen sich daran stören, ist in der Kirche. Das macht doch keinen Sinn, oder? Es kostet genauso viel Geld, eine Kirche oder ein Werk zu unterhalten, wie alles andere. Ihr solltet froh sein, dass ihr dort nicht nur gebt, sondern investiert. Was ihr Gott gebt, kommt um ein Vielfaches zu euch zurück. Also noch zwei weitere Verse, Malachi 3, Verse 10 und 11. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Gott, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Das will ich nicht verpassen. Gott sagt nicht, wenn ihr Glück habt, werde ich ein bisschen Segen auf euch tröpfeln. Nein, Gott verheißt uns Gunst, wenn wir ihm gehorchen. Ich werde die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten. Was bedeutet nun unzählig? Es bedeutet nicht, dass es mehr sind, als ihr bewältigen könnt. Es bedeutet, dass ihr einfach nicht fassen könnt, wie gesegnet ihr seid. Es ist eine erstaunliche Verheißung. Und dann geht es weiter. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen. Sprüche 3, Verse 11 und 12. Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurecht weist, und lass dich dadurch nicht entmutigen. Diesen Vers mögen wir nicht. Wir denken, Moment mal. Wisst ihr, als meine Kinder klein waren, habe ich ihnen gesagt, was sie tun sollen. Wenn sie nicht auf mich gehört haben, habe ich ihre Umstände verändert. Wer von euch weiß, was ich meine? Gott sagt uns in seinem Wort, was wir tun sollen. Aber wenn wir nicht auf ihn hören, liebt er uns genug, um unsere Umstände zu verändern. Dafür sollten wir ihm danken. Menschen lernen nichts, wenn es in ihrem Leben immer nur Rosen regnet, ganz gleich, was sie falsch machen. Manchmal müssen wir die Folgen schlechter Entscheidungen zu spüren bekommen. Wenn ihr euren Kindern immer nur zur Hilfe eilt und sie nie zur Rechenschaft zieht, werden sie mit 40 immer noch verzogene Gören sein. Wenn ihr sie liebt, solltet ihr zu ihnen sagen, ich habe versucht, mit dir darüber zu reden, aber du hast nicht hingehört. Ich liebe dich, ich bin für dich da und ich bin dein Freund, aber ich werde dir nicht aus diesem Schlamassel heraushelfen. Vielleicht ist das der einzige Weg, wie sie etwas lernen, versteht ihr? Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt. Manchmal denke ich, Gott, kannst du heute mal jemand anders lieben? Du liebst mich gerade ein bisschen zu sehr. Offenbarung 3, Verse 19 und 20. Darum kommen wir nicht herum. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Da müssen wir erst einmal tief Luft holen. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Vers 20 gefällt mir. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich möchte euch fragen, an welche Tür eures Lebens klopft Jesus? Ist es die Tür der Unterhaltung? Vielleicht tut ihr etwas, das euch schadet. Gott will euch nichts wegnehmen, aber er sagt, hey, es gibt etwas Besseres. Oder ist es die Tür eurer Beziehungen? Vielleicht verbringt ihr Zeit mit Menschen, die euch nicht gut tun. Vielleicht wäre es besser, wenn ihr eine Zeit lang allein seid, statt mit Menschen zusammen zu sein, die euch schaden. Ist es die Tür eurer Einstellung? Vielleicht fühlt ihr euch minderwertig, weil ihr keinen guten Start ins Leben hattet. Nun wisst ihr was? Nur weil euer Leben nicht gut begonnen hat, heißt das nicht, dass es so weitergehen muss. An welche Tür klopft Gott bei euch? Die Verse 13 bis 24 kann ich jetzt nicht alle lesen, aber da stecken viele Lebenslektionen drin. Zuerst geht es um die Vorteile der Weisheit. Lasst mich euch sagen, was Weisheit meiner Meinung nach ist. Das ist meine eigene Definition, aber ich glaube, sie ist biblisch korrekt. Ich glaube, Weisheit bedeutet, dass ihr euch jetzt dafür entscheidet, das zu tun, womit ihr später in eurem Leben glücklich sein werdet. Vielleicht sagt ihr, ich weiß, was Gott von mir möchte, aber ich will es nicht tun. Mir ist nicht danach zumute. Ich will der Person, die mich verletzt hat, nicht vergeben. Ich weiß, dass sie viele Probleme hat, aber ich will ihr nicht helfen. Die Bibel sagt, ich soll meinen Feinden Gutes tun, aber ich will das einfach nicht. Was glaubt ihr wird passieren, wenn ihr Gott ehrt und es ihm zuliebe trotzdem tut? Es mag euch zwar schwerfallen, aber später werdet ihr froh sein, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt. Aber was passiert, wenn ihr euch nur nach euren Gefühlen richtet? Ihr werdet später immer noch dieselben Probleme haben wie zuvor, vielleicht sogar noch mehr. Es ist klug zu tun, was Gott sagt, und es so zu tun, wie er es sagt. Folgendes wird in diesem Kapitel über die Weisheit gesagt. Sie ist besser als Silber und Gold. Nichts lässt sich mit ihren Vorteilen vergleichen. Sie gewährt euch ein langes Leben, Reichtum und Ehre. Ihr seid glücklich und gesegnet, wenn ihr weise seid. Die Weisheit belebt euren inneren Menschen. Und falls euch das noch nicht reicht, sie lässt euch ruhig schlafen. Ich frage mich, wie viele Menschen von Schlaflosigkeit geheilt werden könnten. Ich möchte nicht mit Steinen werfen, aber vielleicht ist es euer Gewissen, das euch nachts wach hält. Nun folgen noch zehn weitere Verse. Die Verse 25 bis 35, da heißt es. Es geht hier noch um viele weitere Dinge. Ich fasse sie kurz zusammen. Das sind die Lebenslektionen, die in diesen Versen stecken. Lasst nicht zu, dass Angst eure Entscheidungen bestimmt. Trefft immer Entscheidungen, die mit der Bibel im Einklang stehen. Folgt eurem Herzen. Lasst Gott eure Zuversicht sein, dann wird er nicht zulassen, dass ihr in eine Falle geratet. In Vers 27 heißt es, verweigere keinem die nötige Hilfe, wenn es in deiner Macht steht. Mir gefällt Apostelgeschichte 10, wo es heißt, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes. Ist das nicht erstaunlich? Er zog umher und tat Gutes. Auch wir stehen jeden Tag auf, gehen zur Arbeit, quälen uns durch den Verkehr, tun dieses und jenes. Aber ich fordere euch heraus, jeden Tag zu sagen, Gott, ich möchte heute so vielen Menschen wie möglich etwas Gutes tun. Tut so vielen Menschen wie möglich etwas Gutes, und zwar so oft ihr es könnt. Dann werdet ihr ein lebenswertes Leben haben. Im nächsten Vers heißt es, wenn du deinem Nächsten sofort helfen kannst, dann sag nicht, komm morgen wieder, dann werde ich dir helfen. Das musste ich auch lernen. Habt ihr Gott schon einmal gebeten, dass er jemandem hilft und dabei gehofft, dass er nicht euch, sondern eine andere Person dafür gebraucht? Nun kommt, Gott hat mir Folgendes beigebracht. Bitte mich nicht um etwas, das du mit Leichtigkeit selbst tun könntest, aber nicht tun willst. Wenn also euer Nachbar Hilfe braucht und ihr in der Lage seid, ihm zu helfen, wartet nicht ab. Bittet Gott nicht darum, dass er eine andere Person schickt, die das tut. Ich bete für dich. Nun, möglicherweise solltet ihr einfach etwas tun. Wir wären viel glücklicher, wenn wir mehr von den Dingen tun würden, die getan werden müssen. Seid nicht neidisch und eifersüchtig, lebt mit allen in Frieden. Gott schenkt seine Gunst den Demütigen, den Bedrückten und jenen mit wenig Einfluss. Es stecken so viele Lebensweisheiten in Sprüche 3. Möchten Sie mehr wissen über unsere Arbeit? Rufen Sie uns an. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wir möchten mit den Sendungen von Joyce gerne noch vielen weiteren Menschen auf der ganzen Welt neue Hoffnung schenken. Sie auch? Dann unterstützen Sie uns doch finanziell. Alle weiteren Informationen finden Sie auf joyce-maier.de slash mithelfen Schon über 25.000 verkaufte Exemplare. Diese Bibel mit Impulsen von Joyce Meyer möchte Ihnen helfen, die biblischen Texte und Geschichten besser zu verstehen. Darin gibt es zu jedem Bibelbuch hilfreiche Erklärungen von mir in grüner Schrift, Texte zum Mitbeten und praktische Impulse für den Alltag. Es gibt sie als Hardcover-Buch, mit weichem Kunstledereinband oder als hochwertige Lederausgabe. Bestellen Sie die Bibel mit Impulsen von Joyce Meyer jetzt auf joyce-maier.de Oder rufen Sie uns an unter 040 88 88 411 11 Das ist die Bibelbuch, mit weichem Kunstledereinband oder als hochwertige Lederausgabe.